Zum 62. Mal lädt der MSC Eiserne Hand Eichwald vom 5. bis 7. Juli 2024 zum internationalen ADAC Motocross Eichwald ein. Am Startkörder stehen nationale und internationale Spitzenfahrer und Fahrerinnen, um in den verschiedenen Klassen um den Sieg zu kämpfen. Action reicher Motorsport ist garantiert. Auch neben der Rennpiste wird einiges geboten. Das Angebot reicht von der Hüftburg und Kindermotorradfahren für die Jüngsten bis zum freizugänglichen Fahrerlager mit Einkaufsmeile für die älteren Besucher. Das Gastroteam des MSC Eichwald verwöhnt alle Gäste mit Speisen und Getränken und dies rings um die Strecke. Die Nachtschwärmer freuen sich natürlich auf die legendären Partyabende, wobei am Freitag die Wips und am Samstag das Hofparagiment das Festzelt zum Kochen bringen werden. Ein Besuch des Motoris Eichwald lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos finden Sie im Internet, auf Facebook, YouTube oder direkt auf der MSC Eichwald Website. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihren Besuch.